Hier ist Jessica Gräber. Applaus für Jessica Gräber. Ja, vielen Dank. Ich wurde vor ungefähr einer Stunde gefragt. Also ich stand draußen und kam so vorbei, war gerade bei der Rheinmetall-Aktionärsversammlung und auf dem Weg war hier die Republika und dann frage ich so, kann ich kurz rein? Und die so, nee, bist nicht akkreditiert. Dann bin ich halt nach Hause gefahren und meinte, hey Leute, sorry, ihr könnt uns nicht treffen. Und dann hieß es, ja, dann halt doch eine Rede. Und jetzt bin ich tatsächlich hier. Ich habe deswegen keine ganz ordentliche, slicke PowerPoint-Präsentation, aber ich werde euch ein bisschen erzählen, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Wir haben mit dem Schauspiel Dortmund zusammen alles gebaut, was wir konnten, um die wirklich sehr verschlossene Waffenindustrie irgendwie zu hacken. Aber zuerst wollte ich mal kurz fragen. Kannst du mir die Musik in der Runde ausmachen? Oh ja, warte, ich mache die Musik eben aus. Ich habe gehört, hier hat die Bundeswehr auch Werbung gemacht. Ist das richtig? Die haben irgendwie so, da saßen ganz schön im Publikum und haben so YouTube-Klickzahlen von diesem Recruiten-Bullshit beklatscht. Bei der Republika. Ist das richtig? Ja. Bei der Media-Convention. Was? Bei der Media-Convention. Und es ist keiner auf die Bühne, doch sind Leute auf die Bühne gestürmt, haben dann irgendwie Plakate gezeigt, aber die haben dann wegen Pluralismus und so Werbung gemacht, rekrutiert. Ist das richtig? Ja. Okay, also ich wollte irgendwie nur so aus einem inneren leichten Verwunderungsgefühl vielleicht nochmal nennen und aufrufen dazu, dass wenn man sowas im Raum hat, da kann man ja auch protestieren, genauso wie man sie einladen kann, kann man sie auch vielleicht da einen kleinen Protest organisieren. Das nächste Mal freue ich mich natürlich, wenn da ordentlich protestiert wird. Und, ah, das war der sehr großen Applaus für die Leute, die es zumindest im Wichtmas gemacht haben. Wir hatten keine Zeit, wir waren in der Tat gerade bei Rheinmetall. Ich würde jetzt, also die Geschichte fing damit an, ich war im ICE nach Dortmund zum Schauspiel und wir hatten gerade überlegt, was können wir denn machen zu Kleinwaffenexporten. Und wer sitzt in der ersten Klasse? Gabriel, ja, mit seinen Bodyguards und dann habe ich denen diesen Zettel übergeben und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und der meinte damals, naja, er findet das ja toll, Kleinwaffenexportstopp, aber da muss man den Außenminister fragen. Der hat bestimmt ein Problem damit. Und jetzt ein bisschen später ist er Außenminister und Zypries, die in den Wahlbausteinen gesagt hat, die es auch gegen, also Kleinwaffenexport ganz kritisch und so ist, Wirtschaftsministerin. Das sind die beiden wichtigsten Ministerien, um sowas zu, Exporte zu erlauben oder eben zu stoppen. Also, darin habe ich gesagt, bitte machen Sie das, sonst müssen wir das machen. Die haben nichts gemacht. Und dann haben wir erstmal überlegt, also was sind die drei Wege, wie man die hacken kann. Wir haben lange recherchiert und analysiert und rumgesponnen und dann gesagt, gut, die stärksten Verbündeten aus der Politik, das ist die CDU, CSU, die muss man irgendwie aufknacken, die irgendwie dazu wecken. Und dann haben wir halt einen Ortsverband gesucht, den es nicht gibt. In Schwenke gibt es keinen CDU-Ortsverband, also haben wir CDU-Schwenke.de gebaut, also extra schlecht mit diesen Forenbeiträgen. Und dann haben wir CDU mit Gefühl die Kampagne gestartet in deren Namen und das war die CDU-Ortsverband-Vorsitzende aus Schwenke. Und ich würde euch vielleicht an der Stelle, ich habe halt nur Bilder jetzt, ne? Ich glaube, ne genau, bevor ich zeige die Reaktion, wie es bei Fox News landete, zeige ich. Wer kennt das? Wer hat das schon gesehen? Okay, ein paar haben es schon gesehen. Ich gehe da mal kurz rein ins Video, ja? Ich will es nicht zu lang machen. Guten Tag. Mein Name ist Brigitte Ebersbach. Also, dann haben wir schnell jemanden gecastet, die ist vom Sprecherchor in Dortmund. Und los geht's. Guten Tag. Mein Name ist Brigitte Ebersbach und ich bin die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Schwenke. Seit Jahren engagiere ich mich mit den Bürgern und Bürgerinnen unserer schönen Stadt in der evangelischen Friedensarbeit der Gemeinde. Seit der Flüchtlingskrise werden wir täglich vor unserer Haustür mit den Konsequenzen von Gewalt und Krieg konfrontiert. Aber wer bringt all dies Elend in unsere Welt? Leider auch wir. Deutschland ist weltweit der drittgrößte Waffenexporteur. So, was geht denn so weiter? Ach komm, eine Minute noch. Das schaffen wir. ... von Gewalt und Tod beteiligt. Besonders sogenannte Kleinwaffen, das heißt Pistolen und Gewehre, fordern unzählige Todesopfer. Experten schätzen, dass 90 Prozent aller Kriegsopfer weltweit durch Kleinwaffen verursacht werden. Als überzeugte CDU-Politikerin, Mutter von zwei Kindern und als Christin vor Gott kann ich dieses Handeln nicht länger mitverantworten. Werte Frau Merkel, durch ihren unbeirrbaren Glauben an die Grundsätze menschlichen Zusammenseins während der Flüchtlingskrise haben Sie sich weltweit als christliche Kanzlerin einen Namen gemacht. Im Artikel 26 des Grundgesetzes ist Deutschland verpflichtet zum Frieden. Wir möchten Sie deshalb bitten, auch weiterhin an unseren Glaubenssätzen und der Ethik festzuhalten und in der nächsten Legislaturperiode sich für einen Exportverzicht von Kleinwaffen stark zu machen. Ihre christliche Wählerbasis appelliert an Ihr Mitgefühl für eine CDU-Mitgefühl. Wir bitten Sie als Zuschauer, gehen Sie online, informieren Sie sich, unterschreiben Sie unsere Petition. CDU mit Gefühl. So, vielen Dank. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ist denn hier jetzt wieder los? Ich muss jetzt ganz schnell wieder, nee, das ist das Falsche. Entschuldigung, das liegt daran, ich habe das, da ist es, genau. Ja, so, wir haben also die Petition gemacht, dann haben wir das losgelassen und wir dachten uns, ob das irgendwer nimmt. Und wir waren schon ein bisschen verwundert, wie so ein Ortsverband aus Schwenkel. Also in dem Sinne, wenn hier irgendwelche CDU-Hinterbänkler sind, redet über eure Grundwerte und ihr bekommt die globale Bühne. Ja, das ist eigentlich total einfach. Und ja, dann ging das relativ berserk. Wir hatten uns leider, das ist ein Manöverfehler gewesen, wir hatten gedacht, das würde so schnell aufgelöst. Es würde so schnell in Dementik kommen, dass wir einem Journalisten angeboten haben, das exklusiv um 18 Uhr aufzulösen. Aber während die gesamte Welt global sich freute darüber, hat die CDU einfach komplett dicht gehalten. Und die ganzen deutschen Journalistinnen haben irgendwie wahrscheinlich gemerkt, da ist irgendwas schräg. Und so interessant das ist, wir lassen die Finger davon. Also wahrscheinlich waren da die Leute von Motherboard irgendwie, haben denen gesagt, pass auf, das sind die Techniken, an denen ihr das erkennt. Und in Deutschland hat es halt kaum jemand aufgenommen, außer der deutsche Arm von Radio Vatikan. Gut, und dann wurde es eben aufgelöst. Dann haben wir danach gedacht, wir müssen irgendwie die Produkte malig machen und haben im Namen von Heckler & Koch in den USA, wenn man auf Heckler & Koch USA geht, da kann man sich gucken, was sind die lokalen Dealer. Da kriegt man also 400 Adressen, die kann man alle scrapen, auf PDFs tun, die ausdrucken, in den USA fliegen. Die Briefe in den Briefkasten schicken und schon hat man einen Nationwide Recall of all Firearms, weil die USA kein konfliktfreies Land mehr sind. Also Trump und so. Das ging dann, muss man das natürlich auch ein bisschen in Foren verbreiten. Und ganz vor Funs hat dann sich total darüber aufgeregt. Es gab nur noch mehrere, die sich darüber aufgeregt haben. Alle haben sich gefragt, was ist denn da eigentlich los? Because Trump, Germany wants their guns back. Und ja, also das ging dann relativ flott, dass die Leute auch gesagt haben, dass man garantiert diese Merkel-Supporter. Und ja, es gab einen Kerl, der hat das sogar gefeiert als ein Epic-Hack. Das ist dann relativ, nach so ein paar Stunden haben die Leute gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und haben dann, dann wurden alle auf HK Pro, wurden alle Forenbeiträge gelöscht und gesperrt. Und es stand halt überall Fake, also da hat halt Heckler & Koch USA reagiert. Und die haben ihre beiden Webseiten, USA und Deutschland, komplett geschwärzt und diese Nachricht drauf gespielt. Das heißt, über drei, vier Tage, ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, wenn ihr Heckler & Koch euch jetzt gerade eben anguckt, ob es da immer noch dieses Info-Ding gibt. Das ist stilistisch, finde ich das interessant, dieses Ausrufezeichen-Doppelpunkt überall. Und dann Heckler & Koch has already taken legal steps under both civil and criminal law to clarify the situation. Das ist irgendwie so ein kleiner Widerspruch, entweder man will clarifyen oder man weiß, das ist criminal law. Also die waren, glaube ich, relativ aufgeregt und wir haben uns natürlich sehr gefreut über deren kleine Aufregung. Ja, haben es dann auch auf Heckler & Koch slash recall, wir hatten natürlich deren Webseite kopiert und neu aufgesetzt und da den Recall auch online gestellt und haben dann da die Pressemitteilung rausgehauen, weil wir festgestellt haben, das ist ja schon Jeff Sessions, Federal Law, also Business Interference macht Jeff Sessions und da haben uns unsere Anwälte in den USA gesagt, macht es einfach einen Tag später, müsst ihr das auflösen und dann gilt es als Satire und Kunst und genau damit spielen wir. Und es gibt noch ein paar andere Tricks, also auf dem Brief stand drauf, wir würden das gerne zurück, einen Rückruf machen, füllt erstmal diesen Fragebogen aus. Damit haben wir effektiv noch keinen echten Recall gemacht, aber alle haben es als solches wahrgenommen und damit ist man juristisch auch ein bisschen sicherer. Gut, gucken, was da noch passiert. Also wenn wir da wirklich irgendwie vor Gericht ziehen, dann lade ich euch alle ein, mit in den Gerichtssaal zu kommen. Das wird bestimmt lustig. Ja, das ging dann noch ein bisschen berserk. Ja, der dritte Coup war dann der deutsch-französische Friedenspreis der deutschen Rüstungsindustrie für die Rüstungsindustrie. Und das ist sozusagen, wenn man sagt, wie kann man die irgendwie angreifen, dann ist es die Verbündeten der Politik verschrecken, dann die Produkte madig machen, Ruf zerstören und sie ins Licht zerren. Irgendwie in die Öffentlichkeit, das hassen die, wie die Pest. Und da haben wir uns gedacht, wie können wir die irgendwie in die Öffentlichkeit zerren, irgendwie auf deren Veranstaltungen zu gehen. Das haben wir schon öfters gemacht bei anderen Unternehmen und lass uns doch mal die zu uns kommen lassen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wo würden die gern hinkommen? Na, zu so einem Friedenspreis vielleicht. Einen Friedenspreis will ja jeder, die sagen ja selber, die würden für Stabilität sorgen in der Mena-Region, wenn die die mit Waffen unterstützen. Und so haben wir dann, also aber das war im Endeffekt ein Riesenexperiment. Wir wussten halt nicht, ob das klappen würde. Und wir haben gedacht, wir haben jetzt diese Möglichkeit, mit dem Theater zusammenzuarbeiten und wir haben keine Produktionszyklen und lass uns das einfach mal probieren. Ja, lass mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben also drei Monate lang mit der Waffenindustrie telefoniert, alle angerufen. Wir haben so kleine Karten mit so Gold drauf, denen geschickt. Und irgendwie, wir haben, also wir haben mehrere Webseiten gebaut, von der, also möglichst schlechter Name von so billigen Vereinen, Izaek hieß die, das ist die Initiative für dauerhaftere Stabilität im außereuropäischen Kontext. Und die haben dann von der, also ich war Konstantin Hartung von Silver Linings und habe irgendwie so Head of, war so eine windige Agentur und haben die eingeladen in ein großes namhaftes Hotel, wo auch Ivanka Trump und Merkel sich drei Tage vorher getroffen haben und, ja, haben dann den Friedenspreis vergeben. Das war allerdings, ich weiß nicht, ich kann, das ist, das ist der Preis selber. Das ist der goldene Ares, haben wir ihn genannt. Und ich gehe da vielleicht auch nochmal kurz, ach du je, ich gehe da vielleicht nochmal kurz ins Video rein. Wir haben es dann nochmal verwurstet als Vlog. Aber das zeigt euch jetzt nicht komplett, weil das, aber das könnt ihr euch alle auf Facebook und YouTube anschauen. Warum? Ich meine, ihr kennt es doch bestimmt, man kommt jetzt zum krassesten. Iza, guckt euch das doch mal an! Okay Leute, ich weiß, es ist eine krasse Idee, mega crazy, ich habe auch keinen Plan, ob es klappt. Rausgepickt, denn ThyssenKrupp kennt... Und die schickt ihr dann an alle Waffenhändleradressen... So Leute, es geht los. Ich nehme euch mal mit hier rein. Und ThyssenKrupp ist gekommen! Also kurz zwischendurch, wir hatten acht Zusagen von Sigsauer, von Hensoldt, das ist eine Unterorganisation von Airbus, von Euro, ach hast du nicht gesehen, Airrobots, eine kleine, von vielen großen und wir dachten irgendwann übermütig, komm wir machen das jetzt. Jetzt haben wir so viele Zusagen, wir buchen den Raum für Arschvieh Geld und los geht's. Und dann haben wir einen kleinen Fehler gemacht, es sind ein paar Leute abgesprungen und am Ende wussten wir nicht, ob überhaupt irgendwer kommt. Und er kam, er hat bei uns gestanden und gehalten. Wir haben noch viele Sachen da reingebaut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Anlass ist ein ganz besonderer. Ich freue mich, dass wir diesen Preis heute Abend verleihen dürfen, den ersten deutsch-französischen Preis für Sicherheit und Frieden. Wir wissen alle, worüber ich spreche. Ich spreche hier zum Beispiel vom Artikel 26 und ich würde sagen, das ist heute Abend vielleicht sogar der heimliche Sieger. Wahrscheinlich kennen Sie alle den Wortlaut. Ich möchte aus dem zweiten Absatz zitieren. Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Der diesjährige deutsch-französische Preis für Sicherheit und Frieden geht an ThyssenKrupp Marine Systems. Dalla, herzlichen Glückwunsch an das Unternehmen. Ja, also er ist uns entwicht in der letzten Sekunde, kurz bevor wir bereit waren, ihm den Preis zu übergeben. Aber, aber, wir haben uns gedacht, ThyssenKrupp hat ihn bekommen. Hinterher, als die Medien bei dir angerufen haben, haben die tatsächlich auch gesagt, naja, einen Preis für Sicherheit und Frieden hatten wir natürlich entgegengenommen. Wir sind ja voll da für Sicherheit und Frieden. Das heißt, sie haben ihn sogar angenommen. Aber, wir dachten uns, es kann doch nicht dabei bleiben. Und ich komme gerade von vor, wie habe ich eben erwähnt, vor ein paar Stunden, von Rheinmetall bei der Aktionärskonferenz. Und dann habe ich es einfach nochmal probiert. Und, ähm, also das sieht man jetzt kaum. Ich habe das selber noch nicht gesichtet, das kam gerade von meinem Handy. Ich habe da halt die Möglichkeit gehabt zu reden, weil ich irgendwie jemanden kannte, der eine Aktie hat, die mir gegeben hat, also und so weiter, und dann kann man da fünf Minuten reden. Also habe ich den goldenen Ares nochmal mitgenommen und Rheinmetall hat ihn angenommen, auf der Bühne. Und die Laudatio sagte unter anderem Zitat, Bomben, Bomben, Bomben. So, also, wir schneiden das noch irgendwie zusammen und dann schicken wir das irgendwie per Twitter und was auch immer, Facebook und wo das alles dann läuft. Das haben wir jetzt alles nicht mehr geschafft auf die Schnelle. Aber, warum machen wir das alles? Wie viele Minuten habe ich noch? Fünf? Wir machen das alles natürlich, weil wir auch so das wichtig finden, dass sich was verändert. Und was, ihr habt gesehen, Artikel 26 kam beim CDU-Video vor, es kam bei Trump vor, Artikel 26, deswegen machen wir einen Rückruf und auch bei der Friedenspreisverleihung. Und während Rheinmetall doch wirklich sehr gut darin ist, so outzusourcen und in der Türkei zu bauen, in Südafrika, in Italien Lenkflugraketen zu bauen, die dann nach Saudi-Arabien und nach Ägypten zu schicken, haben wir immer noch das wunderschöne Artikel 26 Grundgesetz, was eben den Export eigentlich reglementieren sollte. Da geht es um Frieden, um die Völker und im Endeffekt kann man das so übersetzen, es soll nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen. Allerdings exportieren wir jährlich um die 12 Milliarden Euro Waffengüter in alle Welt und deswegen haben wir, also ihr müsst euch vorstellen, Artikel 26 wird geregelt in zwei verschiedenen, hauptsächlich zwei verschiedenen Bundesgesetzen, das Außenhandelsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die hebeln sich gegenseitig aus, weil das eine sagt halt liberal, freier Markt und das andere sagt nicht in konfliktfreie Zonen. Und wenn man dann sagt, im Grundsatz soll nicht exportiert werden, dann ist dieser Grundsatz eins der Wörter, wo man Lobbyisten draufschicken kann und alles genau erklären, warum das jetzt gerade im Grundsatz zwar so ist, aber man trotzdem an Saudi-Arabien exportieren kann. Und deswegen haben wir dieses Gesetz mal neu geschrieben. Wir haben fünf Varianten gemacht, fünf. Fünf Varianten des Gesetzes. Hier ist unsere Webseite, wo ihr dann abstimmen könnt, wo ihr hintersteht. Da könnt ihr euch den gesamten Gesetzestext mal angucken. Also in dem Fall ist es wirklich, volles Verbot ist sehr, sehr kurz, wenn ihr euch das anschaut. Das ist so, so lang. Da braucht man nicht viel drüber zu reden. Es gibt ein komplettes Verbot aller Rüstungsgüter. Wenn ihr sagt, das ist meins, dann klickt ihr einfach drauf. Das mache ich jetzt nicht, sonst wäre das eine Verfälschung der Ergebnisse. Und dann könnt ihr euch die Resultate anschauen. Und wenn ihr sagt, naja, also ehrlich gesagt, komplettes Kriegswaffenverbot finde ich doof, aber Kriegs- und Kleinwaffen sollten nicht mehr in Drittstaaten, also sprich keine NATO-Länder und keine NATO-gleichgestellten Partnerländer geschickt werden, dann sagt ihr zwei und so weiter und so fort. Und bis man hinterher sagt, ach, alles geht weiter wie bisher. Wir wollen nur, dass der Bundestag mitbestimmt, also mehr Transparenz. Und das nicht der Bundessicherheitsrat im Geheimen macht und deswegen sehr, sehr anfähig für Korruption ist, weil es extrem intransparent ist. Und deswegen auch immer wieder mehrere Korruptionsfälle im Jahr deutlich bekannt werden, wie kürzlich die zwei SPDler von Krauss-Maffei. Sondern, aber also das soll passieren. Und eine Post-Shipment-Kontrolle wollen wir auch haben. Das heißt, die Leute fahren, also das könnte man von heute auf morgen machen. Die liebe Frau Zypries könnte ohne großartigen parlamentarischen Beschluss jetzt vom Wirtschaftsministerium aus sagen, ich möchte eine Post-Shipment-Kommission nach dem amerikanischen Vorbild Blue Lantern, heißt das, schaffen. Und die gehen dann um die Welt und haben die Expertise und können sich genau angucken, was aus den Waffen geworden ist. Momentan macht das nämlich der Verteidigungsattaché, der Diplomat im jeweiligen Land, der keine Kompetenzen hat, keine Kapazitäten hat und gleichzeitig versucht, den Waffen zu verkaufen. Und der geht dann hin und guckt kurz in die Kisten und sagt, ja, ich glaube, es ist alles noch da. Das heißt, das kann man alles ändern. Und wenn ihr darüber abstimmt, dann werden wir schauen, was dabei rumkommt und wir werden Klinken putzen im Bundestag und denen das allen anbieten und hoffen, wenn wir 5% der Parlamentarerinnen zusammen haben, also 33 Leute, dann kann das dort diskutiert werden und es wird Teil des Bundestagswahlkampfes. Also, das war ein Run-Through dieser Kampagne, hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das, was wir vor allem versuchen, ist nicht nur nachhaltig was zu verändern, sondern dass wir auch zeigen, dass es andere Formen gibt, die die Waffenindustrie anzugreifen und dass die sich nicht mehr in ihren eigenen Feldern sicher fühlen. So, vielen Dank. Jessica Gräber vom PEN-Kollektiv. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne nachher zu mir kommen. Macht ihr hinter der Bühne oder so an der Seite. Ja, hier geht es.